Hi zusammen, ich bin Katrin, ich bin 22 Jahre alt und ich mache gerade meine Ausbildung bei der EWE Netz zur Industriekauffrau und ich bin im zweiten Lehrjahr. Hi, ich bin Lea, ich bin 20 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation bei der EWE Tell und ich bin auch im zweiten Lehrjahr. Ich sitze gerade in unserem mega coolen neuen Set und wir drehen gerade nämlich unsere erste Folge für das Format Azubi Couch. Die Azubi Couch ist Teil des Azubi Blogs und hier interviewen wir verschiedene Personen, die was mit der Ausbildung bei EWE zu tun haben. Ich selber stand noch nie vor der Kamera, sondern immer nur hinter der Kamera und ich finde es einfach eine wahnsinnig coole Erfahrung, dass es jetzt auch mal andersrum ist. Für mich ist das auch eine richtig coole Erfahrung und ich bin gespannt darauf, interessante Leute zu interviewen und viel über sie zu erfahren. Ich freue mich schon richtig auf meine Mitazubine, die ist mich dieses Jahr fertig geworden und wurde von der EWE übernommen und ich bin einfach schon mega gespannt, was sie alles zu erzählen hat und was sie schon jetzt für Erfahrungen gesammelt hat. Und ich freue mich auch schon richtig auf Marion Röwekamp und bin mal ganz gespannt darauf, ob sie sich morgens auch eine Brotstille schmiert und wer ihr in Urlaub genehmigt. Meine größte Herausforderung hier beim Dreh ist eindeutig laut und selbstbewusst zu reden und dauerhaft in die Kamera zu gucken. Und für mich ist die größte Herausforderung immer zu lachen und die richtigen Worte zu finden. Und Katrin, hast du Bock? Natürlich habe ich Bock. Ich freue mich. Ich mich auch. Intro Mein Röwekamp Untertitelung des ZDF, 2020